Sehr geehrter Herr Strache, konkret geht es um ein angebliches Treffen im Juli 2017, in dem Sie, Johann Gudenus und dessen Ehefrau teilgenommen haben sollen. Ist das zutreffend? Also ich dachte zuerst, das ist fake. Wirklich fake. Ich konnte es nicht glauben. So was kann man nicht schreiben. Ein Video setzt FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache massiv unter Druck. Ich bin gerade nach Wien gekommen und ich stand an diesem Ballenhausplatz unter den Leuten, den Demonstranten, die nach Neuwahlen geschrien haben. Man muss sich mal überlegen, was damals mit der politischen Landschaft passiert ist. Dass es hier explodiert. Verfassungslos. Und habe eigentlich damit gerechnet, dass Sie das wieder mal planieren werden. Man es nicht plant jetzt so richtig. Jeder hat gesagt, du spinnst. Das Spannende ist auch, dass wir so zeitnah nach diesem Ereignis eine Serie darüber machen. Ich habe einen Anruf bekommen von einem Anwalt, den ich sehr gut kenne. Der hat eine reiche Mandantin, eine russische Oligarchin, die sich anscheinend für ein Jahrgrundstück interessiert. Also ich sage ja auch immer wieder, dass das Leben eigentlich die besten und absurdesten Geschichten schreibt. Wir könnten uns auf jede zu treffen. Ist doch perfekt. In meinem Leben kann ich mich nicht erinnern, dass ein Politiker so ausgehebelt wurde. Sie will groß einsteigen bei der Krone. Sie will dich unbedingt kennenlernen. Wenn du es auf den 24. legen kannst, bin ich dabei. Nein, es ist allen für sich schon eine Farce. Nice to meet you. Greetings you. Darum hat ja auch jeder, glaube ich, wie das Video rausgekommen ist. Was? Weil es einfach so skurril ist. Sobald sie die Krone Tätung übernimmt, da müssen wir ganz offen reden. Ich glaube, ich habe viel gelacht. Da wird noch eine Sitcom draus. Genau.